Hey Friends und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Memo an dich selbst, ein Comfort Place for you, bei dem du deinen Weg finden sollst. Und heute soll es darum gehen, dass du deinen Weg findest, mehr Selbstbewusstsein zu bekommen. Und ich gebe dir vielleicht auch mal ein paar Tipps mit an die Hand, um genau zu sein, drei, die ich mir hier so rausgeschrieben habe, damit du vielleicht etwas selbstbewusster wirst. Kannst gerne bei der Umfrage mitmachen, die ich hier bei Spotify eingestellt habe. Oder wenn du dich einschätzen würdest, von 1 bis 10, wie selbstbewusst bist du? Das würde mich wirklich mal interessieren. Und vielleicht hast du auch schon mal von anderen Freunden oder Familien auch etwas gehört, ob du auf sie selbstbewusst wirkst oder eher unsicher. Und darum soll es heute gehen. Aber wir starten, wie in der Intro-Folge angekündigt, mit ein bisschen Braindump, was mich so die Tage beschäftigt hat oder heute. Und als erstes muss ich aufzählen, definitiv meine Wohnung, mein Leben hier, weil ich muss schon sagen, dass ich extrem schätze, dass ich so meine Zeit und alles so einteilen kann, wie ich möchte. Also ja, ich arbeite ja auch, aber zum Beispiel auch deswegen ist es so, dass ich zum Beispiel abends super oft mich dann irgendwie noch mit Freunden treffe oder irgendwas mache und dann halt erst so um 10 Uhr oder so mein Bad putze oder meine Küche sauber mache. Also wisst ihr, ich habe so eine ganz andere Einteilung. Liegt aber auch vielleicht daran, dass ich genau weiß, wann ich, ich sage mal, mich am besten konzentrieren kann. Und wisst ihr, fürs Putzen und so muss ich mich nicht konzentrieren. Das kann ich dann halt auch abends spät machen. Wobei ich dann irgendwie nicht irgendwas lernen könnte abends. Noch irgendwas für meine Lizenz oder so. Also das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, dass ich es unheimlich nice fand, dass ich mal meinen Schal zu Hause lassen konnte und einfach mal in der Lederjacke rumlaufen konnte. Also ich freue mich sehr auf den Frühling, Leute. Ich weiß nicht, wie ihr da zusteht, aber ich bin definitiv reif für den Frühling. Und die letzte Sache ist, ach Leute, guter Kaffee. Also ich muss auch echt sagen, ich habe ja so eine Siebprägermaschine und die war teuer und ich habe da auch wirklich sehr lange drumherum überlegt. Aber wenn man so ein Kaffee-Lover ist wie ich, dann ist das sowas ganz Besonderes und ich liebe es wirklich jeden Abend. Das habe ich auch in meiner letzten Folge erwähnt. Ich schätze das, jeden Abend meinen Kaffee mir zu machen. Das ist etwas, was ich einfach nur geil finde. Ja, also das erstmal dazu und natürlich auch, dass ich meinen Podcast gestartet habe, Leute. Also klar, ich bin sehr happy drüber. Es ist echt ein Jahresziel gewesen, beziehungsweise habe ich mir das auch schon vor Jahren vorgenommen. Deswegen bin ich sehr happy darüber. So, aber wir starten jetzt auch direkt. Also ich möchte auch diesen Podcast immer nicht zu lang halten und das gelaber am Anfang. Deswegen, wir starten jetzt direkt mit der Folge Thema Selbstbewusstsein. Ich habe da auch mit einer Freundin drüber geredet und ich habe das hier sogar auch schon mal angekündigt, auf Instagram glaube ich. Und zwar glaube ich, dass viele viel zu hohe Erwartungen erstmal haben, weil das Thema Selbstbewusstsein ist so komplex und das fängt schon damit an, was du von dir quasi erwartest und wie sehr du auch mit anderen dich vergleichst, was das angeht. Also wir kommen erstmal zu dem Punkt zu dir, denn es ist ja so, jeder von uns trägt das irgendwie auch drin. Also wir können alle selbstbewusste Menschen, glaube ich, sein. Ich glaube aber, was uns in dem Fall so ein bisschen unterscheidet, was aber auch eigentlich wieder uns besonders macht, ist, dass jeder von uns ein anderes Maximum an Selbstbewusstsein hat. Heißt, wenn dein Maximum, keine Ahnung, Höhe 5 hat, also keine Ahnung, hier, dann heißt es nicht, dass mein Maximum auch dort ist. Vielleicht ist mein Maximum eine 7 oder auch eine 4. Und ihr müsst euch das so vorstellen, dass wenn dein Selbstbewusstsein gerade eine 1 hat, dein Maximum eine 4 ist, dann müsstest du quasi so und so viele Steps gehen, bis du zu deiner 4 kommst. Wobei dann eine andere Person, die zum Beispiel, ich sag mal, in deinen Augen selbstbewusster ist und bei ihr ist das Maximum eine 10 und sie ist gerade schon bei einer 8, dann ist ja schon von diesem Vergleich her, ihr Selbstbewusstsein viel höher und sie wird es auch viel mehr vertreten, ausstrahlen, was auch immer. Und da liegt eigentlich schon der Punkt, dass wir viel zu hohe Erwartungen haben an uns selbst und uns so extremen Druck machen, so an unserem Selbstbewusstsein zu arbeiten. Und wir sehen natürlich meistens erst mal so, wow, die ist selbstbewusst, weil sie oder er selbstbewusst wirkt. Und das, was da innerlich schon mal vielleicht passiert ist, woran sie arbeiten, siehst du ja erst mal nicht. Und who knows, weil es gibt ja auch dieses gute, schöne Sprichwort, fake it until you make it, was ich jetzt nicht unbedingt kritisieren würde, aber es ist natürlich so, dass du das auch nicht siehst, ob diese Person gerade eigentlich total unsicher ist, aber einfach sehr, sehr gut das überspielen kann. Und du siehst halt dieses krasse Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein, was bei ihr eine gefakte Acht ist, aber irgendwie vielleicht gerade echt eine, ich weiß nicht, zwei wäre oder so. Und das müsst ihr euch immer bewusst machen. Und deswegen ist dieses Thema vergleichen einfach super krass, weil wir natürlich erst mal irgendwie die anderen Leute sehen, die sind selbstbewusst, krass, ich möchte das auch. Und das Maximum sollte man aber da so ein bisschen in Betracht ziehen, weil man sich da einfach nicht vergleichen kann, dass wir alle anderes einen anderen Maximalwert haben. Also ein anderes Maximum. So, also das Thema vergleichen, ich glaube, das werde ich auch noch mal in einer kompletten Podcast-Folge nehmen. Schreibt mir gerne mal auf Instagram, ob ich mal zum Thema vergleichen etwas machen soll, also quasi Charaktervergleich, jetzt nicht äußerlich, sondern eher charaktermäßig der Vergleich. Also wow, die eine Person ist so produktiv, die eine Person ist so krass selbstbewusst, also dieser Vergleich, schreibt es mir gerne mal. Kann ich nämlich auch gerne mal machen. Ja, also das ist erstmal das Erste. So, der zweite Punkt. Dann ist es nämlich auch noch ganz wichtig, dass wir, also das ist auch ein bisschen wieder mit dem Thema vergleichen, aber auch, dass es eine inner work ist. Es ist eine Arbeit, die man, also ein Selbstbewusstsein ist eine innerliche Arbeit, die du quasi automatisch ausstrahlen wirst. Also sobald du an deinem Mindset gearbeitet hast, kannst du es auch ausstrahlen. Und ich habe mir auch halt aufgeschrieben, dass du, sobald du anfängst, deswegen jetzt auch hier Praxistipp, wenn du anfängst, mal ein bisschen auf deine Haltung schon allein zu achten, auf deinen Augenkontakt. Bist du eine Person, die mit einer anderen Person im Augen, äh, im Blickkontakt ist? Schaust du den Menschen wirklich in die Augen? Bist du unsicher? Das strahlst du aus, wenn du den Leuten nicht in die Augen guckst und irgendwie durch die Gegend schaust oder was auch immer. das wirkt direkt unsicher. Dann auch das Thema Haltung. Bist du eine Person, die durch die Straßen läuft und immer auf den Boden schaut? Oder bist du eine Person, die auch wirklich, weiß ich nicht, Brust raus, Schultern zurück und so durch die Straßen läuft? Das allein zeigt schon, wie du selbst durch die Welt trittst, sag ich mal. Und auch wenn das vielleicht erstmal so ein Fake it till you make it ist, ist es etwas, wenn du das täglich praktizierst, wird sich das irgendwie auch bei dir verinnerlichen. Und darum geht es ja. Es muss innerlich erstmal ankommen, sodass du es dann automatisch ausstrahlst. Also diese innere Arbeit ist so viel wichtiger, als was du ausstrahlst in dem Fall oder wo du anfangen musst, um überhaupt Selbstbewusstsein zu bekommen. Denn die Art, wie du halt erstmal innerlich arbeitest, wirst du dann irgendwann, wenn du das auch für dich gecheckt hast, dass du Selbstbewusstsein kannst, ausstrahlen. Und das passiert sozusagen automatisch. Also Selbstbewusstsein ist ja eine, ich sag mal, eine Charaktereigenschaft, eine Wertvorstellung oder was auch immer, die du nicht, also das ist ja kein, du ziehst ja keine Jacke an und bist dann selbstbewusst. Ja. Also wisst ihr, ihr müsst innerlich anfangen. Und das fängt schon, wie gesagt, damit an, wie du durch die Straßen läufst, wie du auf andere Personen wirkst, wie deine Sprache auch ist. Bist du eine Person, die auch, wenn du nach deiner Meinung gefragt wirst, auch antwortest und wirklich mal deine Meinung vertrittst? Oder bist du eher eine Person, die immer Ja sagt oder anderen Leuten Recht gibst und gar nicht sozusagen ihren Mund aufmacht? Oder auch mit anderen auch mal in Konflikt geht? Also, oder in eine Diskussion geht? Vermeidest du das? Bist du so ein sehr harmoniebedürftiger Mensch? Also, das meine ich gar nicht negativ, aber ich meine damit eher, dass du vielleicht gar nicht deine Meinung unbedingt vertrittst. Also, eher, dass du dieses Selbstbewusstsein nicht hast, deine eigene Meinung zu vertreten. Und das sind schon so Schrauben, woran du schon allein arbeiten kannst. Also, erstmal Haltung, Augenkontakt, Blickkontakt, deine Meinung zu sagen. Das sind schon drei Sachen, an denen du jetzt schon arbeiten kannst. Also, das nächste Mal, wenn du mit Freunden unterwegs bist, sag auch mal deine Meinung oder wie du einfach durch die Straßen läufst, das kannst du jetzt morgen schon ändern. Ja, also, das sind schon mal drei Punkte, worauf du jetzt schon mal direkt achten kannst. Und ein Punkt ist auch noch, das Thema Nein zu sagen, weil, ist mir auch aufgefallen, ich habe früher zum Beispiel auch eher vielleicht mehr Ja gesagt und habe es versucht, anderen recht zu machen. Und ich glaube, wenn man auch so ein bisschen seinen Wert kennt, das ist auch eine Sache, die auch mit Nein-Sagen zu tun hat und wo Leute auch merken, wow, du kannst nicht alles mit dieser Person machen. Das hat ja auch mit dem, also, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch im Job kennt, aber wenn ihr da zum Beispiel euch unwohl fühlt, ich hatte diese Situation definitiv schon, ich habe auch schon wo gearbeitet, wo ich mich unwohl gefühlt habe, wo ich das Gefühl habe, das wird über mich geredet, was letztendlich auch so war, was ich hinterher natürlich erfahren habe und natürlich auch nicht von der Person selbst, was ja klar ist, aber wisst ihr, da müsst ihr halt auch schauen, ist es für euch etwas, wo ihr direkt auch in die Diskussion gehen möchtet oder lasst ihr das einfach und dadurch haben halt Personen auch einen Eindruck, wenn du nämlich quasi das alles mit dir machen lässt, wirkst du eher unsicher und erkennst gar nicht oder weißt gar nicht, so dich als Person so auch darzustellen beziehungsweise Widerworte zu geben oder auch mal deine Meinung zu vertreten und vielleicht auch mal anderer Meinung zu sein und ich habe daraus zum Beispiel auch total gelernt, nur weil das die Arbeit ist oder auch nur weil das Kollegen sind, nur weil es der Job ist, nicht zu denken, dass ich mir alles gefallen lassen muss, also und das ist auch ein kleiner Reminder nicht, das musst du auch nicht, glaub mir, also man muss sich nicht in eine Situation täglich begeben, die dich nicht so unbedingt glücklich macht, wo du dich unwohl fühlst, das ist nämlich auch etwas, was du letztendlich ausstrahlst, auch in deinem Selbstbewusstsein, also wenn du dich halt permanent unwohl fühlst, wirst du das 100% nicht ausstrahlen können und so viel faken, das funktioniert nicht, Leute, das geht einfach nicht, also fang klein an, wie du auftrittst, wie du mit anderen redest und arbeite daran, so, weil von nichts kommt auch nichts, also man kann doch nicht erwarten, dass man aufwacht und sagt, wow, ich bin voll selbstbewusst, das funktioniert nicht und das ist leider auch, ich weiß, Leute, ich weiß, es ist leider kein Fach in der Schule, dass man lernt, selbstbewusst zu sein, dass man lernt, sich auszudrücken, dass man lernt, mit anderen zu diskutieren, manche wissen gar nicht, wie man wirklich richtig diskutiert, das wäre auch mal eine Folgenidee, Leute, ihr müsst eigentlich einen Zettel machen, worüber ich alles reden soll, weil das Thema Streit, wie man richtig streitet oder wie man Konflikte löst, ist etwas, was ich auch gelernt habe, also wie man damit umgeht oder auch wie man andere Personen versucht etwas zu erklären oder wenn man anderer Meinung ist, aber halt nicht, dass man die Person dann verletzt, weil das ist ja das Schlimmste, was du eigentlich dann in dem Fall tun kannst, besonders wenn es dann in einen Streit hinausgeht. Also das Thema Streit, wow, das ist auf jeden Fall auch noch ein Thema. Egal, wir kommen wieder zurück zum Thema Selbstbewusstsein, ich habe nämlich noch einen Punkt, ich muss gar nicht noch mal lesen. Achso, ja, also genau, es ist nämlich auch noch so ein Thema, dass du vielleicht das, also irgendwie, wenn man jetzt überlegt, so, okay, wow, du kommst in den Raum und wow, also es gibt ja diese Leute, die kommen in den Raum und dann streiten die direkt Selbstbewusstsein aus. So, ist schön und du denkst dir, wow, das möchte ich auch. So, und dann musst du dir überlegen, wie ist es für dich, wenn andere darauf reagieren würden? Wow, so unter dem Motto, reden die über dich, finden die dein Outfit hässlich oder deine Haare oder deine Schuhe oder keine Ahnung, generell dein Äußeres. So, es geht jetzt echt nur wieder leider um das Äußere. So, wie bist du als Person? Kannst du damit umgehen? Kannst du mit dieser, ich sag mal, kannst du mit diesen Augenkritik, mit dem auch, was da kommt, umgehen? Selbstbewusste Personen können damit umgehen. Denen ist das egal, was andere denken, denen ist es auch egal, was andere dazu sagen, weil, sie für sich denken, mir ist es sowas von scheißegal, wenn ich diesen Rock, diese Schuhe geil finde, trage ich die. So, und du musst jetzt überlegen, kannst du das? Kannst du wirklich das anziehen, was du möchtest, egal, was andere sagen? Aber das ist es, was letztendlich auch wieder zu dem Punkt kommt, das, was man ausstrahlt. Und diese Person hat da meistens schon so viel innere Arbeit geleistet, dass sie es auch nach außen hin ausstrahlt und diese Ist-mir-egal-Einstellung hat. Also, vielleicht müssen wir alle ein bisschen mehr mit dieser Ist-mir-egal-was-andere-denken-Einstellung rausgehen und so durch den Tag laufen und nicht zu viel denken. Manche sind ja auch, ich weiß, dass viele auch auf Instagram so Overthinker sind, vielleicht einfach mal nicht so viel denken, sondern eher mal Hey, wow, ist mir scheißegal, was andere denken. Ich finde diese Hose, diese Schuhe geil und ich trage sie jetzt. Wisst ihr, das Leben ist viel zu kurz und wenn man einfach nur in allen Leuten das Recht machen möchte, so, damit ihr irgendwo reinpasst, so what? Ich habe ja dieses Thema Trends jetzt auch so angesprochen auf Instagram. Vanilla Girls, Lucky Girls, alle Trends, Modetrends, whatever. Man kann sich inspirieren lassen, aber man muss halt für sich selber auch checken, ist es das, was, was ich auch wirklich anziehen möchte oder mache ich das jetzt nur, weil alle ist tragen und das kommt ja gut an, weil alle ist tragen, dann wird man ja nicht kritisiert, dann ist man halt so wie andere oder kann man einfach mit einem Selbstbewusstsein sagen, nö, ich ziehe jetzt einfach einen pinken Mantel an. So, kann man das? So, und wenn man das kann? Geil, mach es. Ist vielleicht eine Sache, die natürlich auch schwieriger ist, weil manche Menschen sind einfach mies, aber so kann man nur anfangen damit, jeden Tag eine Entscheidung für sich zu treffen, wie möchte ich wahrgenommen werden beziehungsweise wie egal ist es mir, wie andere mich wahrnehmen. Das ist nämlich der Punkt. Also, dieses wie andere mich wahrnehmen ist eigentlich schon die falsche Frage, sondern du musst dich fragen, wie möchtest du, wie kannst du dahin kommen, dass es dir egal ist, was andere denken, wie sie dich wahrnehmen. Ähm, sozusagen, klar, wäre es schön, wenn die dich wahrnehmen und die sehen, wow, die ist selbstbewusst, aber grundsätzlich, ähm, kann es dir auch egal sein. Hauptsache du weißt, das ist für dich. Ähm, so, und dann, ähm, ja, trage solche Sachen dann natürlich auch mit einer gewissen Haltung, weil wenn du natürlich auch dann weiterhin Kopf nach unten, ähm, und deine Haltung einfach auch das nicht ausstrahlt, dann strahlst du vielleicht auch Unsicherheit wieder rum aus. Also, in dem Fall sind ja natürlich auch, Kleider machen Leute, ich glaube der Spruch, Leute, ich muss eine Sachen, ihr wisst ja, ich bin so schlecht in Sprüche und diese Weisheiten, ich bin da absoluter, ich kann es nicht. Ähm, aber ja, das Schöne ist halt an der Kleidung, du kannst ausdrücken, was du fühlst, was du denkst, was auch immer. Ich liebe das nämlich auch an der, an der, an der Mode sozusagen, aber trag halt auch wirklich das, was du so fühlst, was du möchtest. Und das aber auch mit Stolz. Be proud of yourself. Ähm, so. Dann, was habe ich noch aufgeschrieben? Ähm, ach genau, so, und zwar, ähm, dass auch noch ein wichtiger Punkt ist, der Selbstwert, ähm, spielt eine große Rolle und ich möchte auch meine nächste Folge über das Thema Selbstwert drehen, weil ich glaube, das ist nochmal so ein Thema, äh, wo von, oder wo, wo auch viele mit, ähm, relaten können, dass man einfach sich klein macht, sich immer wieder klein macht und gar nicht dieses Maximum, was ich ganz am Anfang angesprochen habe, von seinem Selbstbewusstsein, in Erwägung zieht, überhaupt daran zu arbeiten und damit meine ich eigentlich, dass du musst dir so viel wert sein, dass du zum Beispiel Dinge anders machst als andere, wenn du das für dich möchtest, wenn du dir sagst, das ist etwas, was du unbedingt mal ausprobieren möchtest, wo andere vielleicht denken, hä, okay, hab das Selbstbewusstsein, tu es, also, das solltest du dir wert sein und du kannst halt auch nicht erwarten, dass andere von dir denken, du bist selbstbewusst, wenn du das selber nicht von dir denkst, also, wer, wer, wer allein, würde von dir sagen, wow, die ist selbstbewusst, ich meine, das ist, finde ich persönlich schon ein schönes Kompliment, wenn man das bekommt, aber wenn du es nicht selbst für dich so ausstrahlen kannst oder auch selber total unsicher bist in all dem, was du tust, weil du nicht daran arbeitest, dann wird das auch nicht funktionieren, also, da kannst du noch, also, das kommt halt, wie gesagt, nicht von morgen, aber deswegen ist es immer eine Step-by-Step-Arbeit, an der du halt täglich arbeiten kannst und wie gesagt, es fängt schon alleine damit an, wie du aus Haus gehst, sag ich mal, aber halt auch, wie du interagierst mit anderen Menschen und du musst es dir wert sein, Nein zu sagen, du musst es dir wert sein, auch mit anderen Menschen oder mit Menschen, die dir nicht gut tun, die generell sowieso Schlechtes von dir denken, die diese Unsicherheit von dir auch ausnutzen, dich von solchen Menschen zu trennen, so viel Wert musst du dir doch sein und dadurch wird auch dein Selbstbewusstsein eine höhere Stufe erlangen, sobald du für dich verstehst, wow, ich muss Dinge ändern, ich muss kleine Steps gehen, wie zum Beispiel anders reden, auch mal eine Arbeitskollegin sagen, hey, so wie du mit mir gesprochen hast, fand ich ein bisschen uncool, also nicht so natürlich, aber wisst ihr, dass man auch seine Meinung äußert und dass man auch wirklich sich wert ist oder seinen Wert so erkennt, dass man nicht sich alles gefallen lässt und ja, wie gesagt, so viel musst du dir wert sein und deswegen möchte ich halt, wie gesagt, auch nochmal auf das Thema Selbstwert eingehen, weil ich glaube, das hat halt natürlich auch ein bisschen so Zusammenhang, Selbstwert, Selbstvertrauen auch, damit man überhaupt Selbstbewusstsein kommt, Selbstbewusstsein bekommt, was ich aber deswegen auch nochmal erwähnen möchte, der Selbstwert oder auch generell dann dadurch auch das Selbstbewusstsein ist nicht etwas, was eine Körperzahl, eine Körperzahl, eine Zahl auf einer Waage ist oder auch ein Körper. Also deswegen auch wieder dieser Punkt vergleichen, Leute, die, weiß ich nicht, die in den Raum kommen, ich weiß nicht, ob ihr solche Menschen kennt, aber es gibt diese Menschen, die kommen in den Raum, die füllen in den Raum. Das ist eine, also ich persönlich finde immer, das kommt meistens aus dem Gesichtsausdruck und da habe ich quasi den Körper noch gar nicht gesehen, jetzt mal blöd gesagt, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Das ist einfach nur, wie die Leute, wie die Person ist, also von ihrer Art her und da müsst ihr euch halt auch immer sagen, dieses Selbstbewusstsein auszustrahlen ist halt, was von innen kommt, was du dann automatisch ausstrahlst und ich glaube, diese Personen sind sich das vielleicht gar nicht so bewusst, wie selbstbewusst sie wirken, aber sie tun es, weil sie es automatisch tun und deswegen ist es auch nicht irgendwas, was eine Körpergröße ist, eine Körperform oder irgendwas an einem Körper oder eine Zahl auf einer Waage, es ist etwas, was im Gesamten ist, also eine Aura, es ist doch eine Aura, man nennt es, glaube ich, eine Aura, die so einen Raum füllt und ja, Selbstbewusstsein, wollte ich jetzt nochmal kurz sagen, hat auch nichts mit Arroganzsein zu tun, also ich finde, ein gesundes Selbstbewusstsein ist so wichtig und schön, also ich finde, ein gesundes Selbstbewusstsein zu haben, ist schön, also das hat für mich auch etwas mit Schönheit zu tun, muss ich ehrlich sagen, weil für mich persönlich sind, ja, solche Menschen schön. Ja, was ich jetzt noch zum Schluss auch sagen möchte, ist, also versucht wirklich Schritt für Schritt an diesen Dingen zu arbeiten, erstmal nochmal zusammengefasst, drei Punkte, erwarte nicht zu viel von dir, also wie ich am Anfang erwähnt habe, dein Maximum ist vielleicht eine Acht, das von einer anderen Person ist vielleicht aber schon eine Zehn und sie ist schon bei einer Neuen, dann, dieses Vergleichen macht nie Sinn, also generell Vergleichen macht nie Sinn und da auch schon mal wieder gar nicht, also das ist schon wieder so ein Beweis dafür, dass Vergleichen keinen Sinn macht, weil, wie gesagt, ich habe da mit einer Freundin drüber geredet und sie arbeitet an ihrem Selbstbewusstsein und vielleicht wird sie nie mein Selbstbewusstsein erlangen, aber was doch vollkommen egal ist, ist doch scheißegal, weil jeder Mensch ein anderes Maximum hat und arbeite doch lieber an deinem persönlichen Maximum, was halt trotzdem auch diese Wirkung haben kann auf deine äußere Ausstrahlung, nein, auf deine Ausstrahlung so, ist doch voll gut und allein das ist doch schon so viel wert und voll irgendwie etwas, was man schon für sich auch akzeptieren kann und sollte, dass man schon auch Arbeit da reinsteckt und man nicht denken muss, wow, ist jetzt total die verschwendete Zeit oder so, nein, absolut nicht, Leute, absolut nicht. So, dann der zweite Punkt war noch, dass man, ja, nicht vergleichen sollte und dieses Äußere gar nicht so vor Augen haben sollte, sondern eher diese innere Arbeit und du hast vielleicht auch schon so ganz viele innere Arbeit betrieben und musst halt da auch für dich dann mal schauen, was das bewirkt, ist es wirklich etwas, was von Menschen auskommt, wodurch du dich die ganze Zeit unsicher fühlst durch Worte, durch etwas, was dir gesagt wird, wie in einem Job, wo du immer klein gemacht wirst und dadurch dich selbst auch immer klein machst, gar nicht dieses, diese Stolze ausdrücken kannst, dass du auch mal sagst, ey, ich bin stolz auf mich, weil das ist auch, finde ich, persönlich gesundes Selbstbewusstsein, wenn man auch mal sagen kann, man ist stolz auf sich und ich finde, das hat nichts mit Arroganz zu tun, deswegen schau da auch mal so im Alltag, wie du zu dir selbst sprichst, also ich sage es ja auch immer, Memo an dich selbst, wie du mit dir selbst sprichst, das ist so, es ist einfach so krass, was das beeinflusst in uns selbst, deswegen ist ja auch positive Affirmation, dass man auch immer sich zu selbst sagt, hey, ich bin gut genug, ich kann das und ja, ich bin stolz auf mich, das gehört auch dazu, also genau, das wäre noch der Punkt und der dritte Punkt ist noch, dass man diesen Selbstwert, du musst dir selbst genug sein, du musst dir selbst wert sein, an dir zu arbeiten, an deinem Selbstbewusstsein zu arbeiten, wenn du das möchtest natürlich und du musst es dir wert sein, auch Grenzen zu setzen und dich zu priorisieren und auch deine Standards hochzuhalten, weil sonst, ja, werden dich andere definitiv auch das auch beeinflussen. Ja, und jetzt auch zur Hausaufgabe, meine Lieben, die kommt ja immer am Ende der Folge, meine Hausaufgabe. So, ich muss nochmal nachlesen. Ach genau, das wäre nämlich jetzt die Hausaufgabe, wenn ihr quasi, also erstmal müsst ihr die Frage beantworten, wie selbstbewusst findet ihr euch, also, oder seid ihr eher unsicher von 1 bis 10, das könnt ihr mir auf jeden Fall sagen und dann würde ich sagen, wäre noch ein, schreibt mir gerne mal unter dem Post auf Instagram, den ich ja dazu poste, eure drei, ich sag mal, Standards, die für euch hoch sind. Also, zum Beispiel ist mir die gesunde Ernährung wichtig, mir ist Sport wichtig, da sind hohe Prioritäten, also, was sind eure Prioritäten? Das möchte ich wissen, also zählt mal so bitte drei auf und was ich auch noch von euch wissen möchte ist, hat für euch Selbstbewusstsein auch mit Selbstzweifel zu tun? Also, eigentlich so der Punkt, den ich am Ende angesprochen habe, wenn jetzt es um Kollegen geht, erkennst du überhaupt diesen Wert? Erkennst du überhaupt, dass du etwas geschafft hast, zum Beispiel, oder wirst du eher von anderen Menschen beeinflusst und bist dadurch leider eher der Typ, ich halte mich klein. Also, erstmal diese drei Dinge, was sind eure Standards, was sind etwas, was euch sehr viel wert ist, also Prioritäten und der nächste Punkt, schreibt mir bitte mal, vielleicht mache ich auch einen Sonderpost, was eure, oder ob ihr euch eher, seid ihr Team, ich halte mich klein, ich sage lieber nichts oder seid ihr Team, ich mache den Mund auf und ich sage auch meine Meinung. So, und damit wünsche ich euch ein schönes Wochenende, einen schönen Sonntag. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, bei der es dann um das Thema Selbstwert gehen soll, weil ich glaube, das Selbstwertgefühl ist bei vielen lower, als es sein müsste und ich möchte euch ein bisschen mehr Selbstwert schenken und euch ein bisschen Tipps an die Hand geben, wie ihr vielleicht daran arbeiten könnt. So, ich hoffe, euch hat die Folge aber auch gefallen, lasst mir gerne Feedback da und auch eine Bewertung hier und ihr könnt bei Spotify halt auch schauen, da kann man halt so Umfragen einstellen, deswegen schaut da gerne mal vorbei, das würde mich freuen und dann bis zum nächsten Mal, nächsten Sonntag 10 Uhr, schaltet ein. So, bye bye.